Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wird Zeit, dass wir reden, denn ich habe etwas Neues in der Drogerie gefunden, was vermutlich entweder der größte Treffer 2022 ist oder ein absoluter Flop. Dazwischen gibt es nichts. Auf meinem wöchentlichen Stroll durch Rossmann Online bin ich auf ein neues Produkt gekommen und ihr wisst es, ich liebe es neue Foundations zu testen. Und ich habe das Rivalde Loop Collagen Make-up gefunden für 2,99 Euro. Und wir werden schauen, was kann eine Foundation, die zwar so, so günstig ist und so viele Claims hat, wirklich, wir werden das herausfinden und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr seht das, ich bin frisch aus Hamburg zurückgekommen und konnte es kaum erwarten, dieses Produkt zu testen. Ich habe es leider noch nicht in der Filiale gefunden. Es sollte aber in den nächsten Tagen und Wochen vermutlich einziehen. Rivalde Loop und Rival Love Me haben ein neues Sortiment rausgebracht. Habe ich auch alle schon hier. Ich wollte mich jetzt aber erstmal wirklich auf diese Foundation konzentrieren, weil ich glaube, dass die Base erstmal das Wichtigste ist und alles andere drumherum. Da haben wir schon sehr viel, aber so eine richtige Foundation könnte gar nicht so schlecht sein. Das ist das Kollagen Make-up für ein ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt. Das Make-up sorgt für einen natürlichen Tarn und deckt kleine Unregelmäßigkeiten zuverlässig ab. Durch die Pflegeformel mit Kollagen entsteht ein gleichmäßiges und makelloses Finish. Das Make-up verleiht eine leichte bis mittlere Deckkraft und perfektioniert den Tarn. Das hat mich so ein bisschen an die Foundation erinnert, optisch zumindest, die ich vor 5, 6 Jahren gekauft habe. Die war auch von Rivalde Loop. Das war in dieser Tretchtube für, ich glaube, 1,99 oder so. Das war die erste Foundation, die ich wirklich benutzt habe. Die hat eine sehr, sehr leichte Deckkraft und ich habe sie geliebt. Jetzt ist die rausgekommen. Leider in drei Farben. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich habe zwei Farben hier. Die zwei und die drei. Es gibt auch noch eine hellere. Dunkler gibt es aktuell nicht. Optisch, Packaging-mäßig sieht das Ganze gar nicht schlecht aus. Das kommt in so einer Quetschtube, die in einem metallischen Finish ist. Und oben haben wir so einen rosé-goldenen Verlauf. Hier sind 30 Milliliter drin und ich würde vorschlagen, wir starten. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das bedeutet mir die Welt und vielleicht schaffen wir es dieses Jahr jetzt doch noch auf die 100.000 Abonnentinnen. Freunde, Haut ist bereit. Ich will heute kein Primer nutzen. Ich habe einfach nur meine eigene Tagescreme benutzt, um einfach zu schauen, wie sich meine Produkte mit anderen Produkten vertragen. Sieht aber sehr, 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 sehr schön aus. Ich möchte mit euch erstmal kurz ein bisschen swatchen. Ich habe hier einmal die zwei und die drei. Packen wir mal daneben. Die eins hatte ich auch bestellt. Die wurde aber leider storniert. Wahrscheinlich war sie ausverkauft. Wir lassen es mal kurz ein Momentchen dran. Ich drehe mal kurz das Licht weg, dass ihr die Farbe ein bisschen besser erkennen könnt. Also ich finde, die zwei ist ein bisschen kühl. Die sieht ein bisschen gräulich aus. Die drei sieht vermutlich gar nicht schlecht aus. Erfahrungsgemäß, Foundations oxidieren immer so ein kleines bisschen. Deswegen bin ich da eigentlich schon drauf vorbereitet. Aber wir probieren es jetzt einfach mal ausführlich zu sagen. Ich bin so gespannt. Ihr wisst es. Ich liebe es, Foundations zu testen. Und ihr wisst ja, dass meine, also meine liebste Foundation aus der Drogerie die Rivaldo Luper Luron Foundation ist. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Kollagen haben. 2,99. Na, dann ist schon. Also 2,99 ist eine Kampfansage. Das kann entweder richtig, richtig gut gehen oder es wird ein totaler Flop. Vielleicht habt ihr sie ja auch schon getestet. Dann schreibt mir gerne eure Erfahrungen und eure kleine Review einmal in die Kommentare. So kann ich oder jemand anderes aus der Community noch mal eine zweite, dritte oder vierte Meinung finden. Ich denke mal, wir gehen definitiv mit der 3. Und ich nehme mir das Ganze einmal hier vorsichtig ab. Wie gesagt, ich möchte heute keinen Primer benutzen, damit wir keine beeinflusste Meinung haben. Die Foundation hat einen ganz, 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 ganz leichten Geruch. Und ich trage mir erstmal ein kleines bisschen auf. Ich weiß, wie gesagt, nicht wie die Deckkraft ist. Ich habe sie noch nicht getestet. First Impression. Und so ein bisschen, ich nehme euch ein bisschen mit durch den Tag. Ich arbeite mir das Ganze mit einem Foundation Brush ein und drücke die Foundation richtig schön in meine Haut. Was ich nicht so gerne mag, ist die Verpackung. Ich finde, in so einer Quetschtube sieht es natürlich immer ein bisschen günstig aus. Aber ganz ehrlich, 2,99 Euro. Da kannst du keine Erwartungen an die Verpackung haben. Bin ich ehrlich mit euch. Die Foundation hat, wie gesagt, einen ganz, ganz leichten Duft. Sie riecht nicht wie die Hyaluron Foundation, sondern wesentlich leichter. Also die Hyaluron Foundation hat ja doch schon einen ordentlichen Duft. Diese Foundation ganz, ganz leicht. Die Deckkraft würde ich tatsächlich wirklich als Mittel bezeichnen. Ich finde sie nicht leicht. Also leicht ist für mich so ein Skin Tint, so ein Water-Based, Luminous Skin Tint, der wirklich fast nichts macht, außer ein bisschen Farbe zu geben. Hier sieht man schon, dass ein bisschen, ein bisschen Deckkraft mit dabei ist. So ein paar Unebenheiten. Hier sieht man zwar leicht noch durch, kann man wahrscheinlich aber punktuell, wenn man ein bisschen mehr Foundation aufträgt, noch gut kaschieren. Ich hole euch gleich mal ein Stückchen heran, dass ihr euch das Ganze von nahem anschauen könnt. Und ich finde, dass sie jetzt aber schon ziemlich krass auf der Haut sitzt. Einmal ein richtig schönes Close-Up für euch. Ihr kommt gleich natürlich noch ein Stückchen heran. Ich will aber selber auch einmal hier in den Spiegel kurz schauen. Also, du siehst, du siehst gar nichts. Ne? Wenn du es mir, also, wenn du es mir, wenn ich es selber nicht gerade gemacht hätte, könnte ich nicht sagen, dass was auf der Haut sitzt. Die ist extrem fein mit der Haut verschmolzen und ich habe ja noch nicht mal einen Schwamm benutzt. Also, sehr, sehr zart und sie schmilzt so ein bisschen in die Haut rein. Das ist aber immer der Vorteil bei diesen leichten Foundations, dass man sie nicht so schnell und so intensiv auf der Haut wahrnimmt. Hier könnt ihr so ein paar Rötungen um die Nase sehen oder auch hier. Hier ist das alles sehr, sehr ebenmäßig. Ihr kommt noch ein Stückchen heran, Freunde. So, ein Close-Up habe ich persönlich bei anderen Beauty-Videos auch noch nicht gesehen, dass ihr wirklich jede einzelne Pore zählen könnt. Ihr seht, hier habe ich so eine kleine Unebenheit vom Rasieren, aber die Foundation sieht auf der Haut wahnsinnig gut aus. Hier haben wir wirklich, ja, eine normale Haut. Hier ist das Ganze Wahnsinn. Also, ich bin ehrlich mit euch, ich hatte Hoffnungen, ich hatte aber keine Erwartungen. Denn für, also, ich war ja damals schon bei der 2,99 Euro Foundation mehr als schockiert. Und das, also, das ist, es hat sich ja wirklich zu vielen von uns auch zur Favorite Foundation überhaupt entwickelt. Das ist jetzt aber, oh nein, war es die falsche Farbe? Ja, es war die falsche Farbe, Sekunde. Zur liebsten Foundation überhaupt entwickelt, weil sie einfach im Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar war. Das hier ist jetzt aber nochmal ein Euro oder sogar zwei Euro günstiger, glaube ich. Und hat nochmal ein bisschen ein anderes Finish, ne? Also, ich kann natürlich jetzt nicht von einmal die Pflegewirkung, das kann ich natürlich jetzt nicht bewerten. Dazu müsste man das Produkt wirklich lange, lange testen. Das kann ich jetzt nicht machen, weil sonst trennt ihr mir die Bude ein, wenn ich euch erst in drei Monaten hier klinische Studien vorlegen kann. Aber, das ist schon ein krasses Finish, oder? Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was ich sagen soll, weil First Impression, ich habe keinen Schwamm benutzt. Wir können jetzt gerne nochmal so ein bisschen rüber gehen und alles einarbeiten, wobei ich nicht das Gefühl habe, dass man das jetzt machen müsste. Die ist halt sehr, 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 sehr zart und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Konsistenz der Foundation ist ein bisschen pastiger. Also, nicht so richtig, richtig flüssig wie die Hyaluron Foundation, sondern ein bisschen fester. Dadurch schmilzt sie natürlich aber bei Kontakt mit warmer Haut und hinterlässt jetzt aber auch kein speckiges Finish. Also, es fühlt sich nicht so glipschig auf der Haut an, wenn ich sie anfasse, sondern einfach nur, als hätte ich meine Haut eingecremt. Und das mögen ja viele von euch auch sehr, sehr gerne. Kritikpunkt Nummer 1 natürlich, Freunde. Drei Farben, ich weiß warum, aber ich kann es nicht akzeptieren. Wie findet ihr sie bis jetzt? Seht ihr einen Unterschied zu der Hyaluron Foundation? Ihr kennt die ja meistens schon. Das ist eine Foundation, wo ich sage, ging schnell, ging einfach und die Haut fühlt sich sehr, 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 sehr frisch an. Ich mache mal ein bisschen weiter und benutze noch ein bisschen Concealer. Was ich mir vielleicht wünschen würde, ist eine andere Verpackung. Aber ich glaube, dann wird es schwierig mit der Konsistenz der Foundation. Also, du kannst ja nicht jede Foundation in jede Verpackung packen. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich glaube aber, dass das hier gerade ein Volltreffer ist. Ich möchte heute wirklich ein sehr, sehr natürliches Make-up haben. Ohne viel Bronzer, ohne viel Blush, ohne viel Highlight. Wirklich sehr reduziert, dass wir den Fokus auf der Haut haben. Keine Nasen-Highlights, keine Wangen-Highlights und Konturs. Ganz, ganz subtil. Concealer ist drauf. Ich fühle mich sehr, sehr glatt im Gesicht. Also, sehr prall. Mein Gesicht sieht so ein bisschen gerade aus wie so eine gezuckerte Donutschicht. So eine lasierte Donutschicht. Finde ich aber gar nicht schlecht. Vor allem, weil meine Farbe im Moment auch so ein bisschen teigig ist. Ich mache mal weiter und zeige euch gleich das fertige Ergebnis. Ganz, ganz leicht unter den Augen abgepudert oder unter den Augen ein bisschen mehr. Und bin ins restliche Gesicht mit den Restprodukten an den Pinseln langgegangen. Also, ich hatte hier noch ein bisschen Bronzer, Bronzer-Topper dran. Ich hatte an dem einen noch so ein bisschen Blush mit dran und ein bisschen Highlight, um ein bisschen Farbe wieder reinzukriegen. Also, ich wollte jetzt nicht extra, dass man sieht, ich trage Blush, sondern ich wollte das einfach nur so ein bisschen angleichen. Und ich finde, auch durch das Puder sieht die Foundation jetzt nicht sonderlich trocken aus. Ich hole euch auch jetzt nochmal ran, dass ihr das sehen könnt. Hier haben wir einmal das abgepuderte und fixierte Ergebnis. An manchen Stellen scheint auch noch so ein bisschen die Foundation durch. Es ist alles sehr natürlich und sehr frisch. Und auch so ein bisschen Haut sieht man noch durch. Das wollte ich mit diesem Look jetzt auch ein bisschen bezwecken, dass das Ganze recht natürlich ist. Ich bin aber gerade ein bisschen baff, wie natürlich die gesamte Haut aussieht. Um das Ganze zu fixieren, benutzen wir heute keinen Fixing-Spray, sondern wirklich nur einen Wasserspray, um die pudrigen Pigmente so ein bisschen weiß zu zeichnen. Alright, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich sagen soll, außer, wie schön sieht das aus. Also, bis jetzt hat sie sogar die Hyaluron-Foundation abgelöst, weil sie ein bisschen leichter ist. Und das ist das, was ich aktuell sehr gerne mag. Also damals, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, fast schon her, ne? Habe ich doch gerne ein bisschen mehr Full-Coverage noch gemügt. Das gibt mir jetzt dieses meine Haut aber richtig schön frisch. Und ich habe genug getrunken. Und ich esse den ganzen Tag nur Spirulina und Sellerie. Und habe einen healthy Lifestyle. I wish. Das ist für den Preis bis jetzt fantastisch. Und erfahrungsgemäß weiß ich, dass Foundations, die jetzt schon so aussehen, auch in dem Langzeittest gut funktionieren. Ich habe einen langen Tag heute vor mir. Wir haben es jetzt 6.32 Uhr. Ich bin gerade aufgestanden und wollte sofort rein. Ich konnte nicht mehr warten. Das ist das, was ich am Make-Up liebe. Ich drehe jetzt ein paar Adventskalender-Videos. Ich habe viel vor. Ich muss einkaufen gehen. Ich muss Koffer auspacken. Den ganzen Tag. Und ich komme immer wieder und gebe euch so ein kleines Foundation-Face-Update. First Impression. Ich bin baff. Wir werden sehen. Der Tag war lang. Ich bin durch. Und mein Gesicht sieht flawless aus. Freunde, what happened heute? Ich war einkaufen. Ich habe ein Haul gedreht. Ich habe sämtliche, sämtliche Adventskalender-Unboxings für YouTube und für TikTok gedreht. Ich habe Content für den Launch vorbereitet. Ich habe wirklich viel geschafft heute. Wir haben es mittlerweile 17.30 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation eine ganze Weile in meinem Gesicht. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich bin ein bisschen durch meine Augenbrauen gerade durchgegangen, um sie in Form zu kriegen. Ich glaube, ihr könnt es sehen, dass meine Haut wieder so aussieht, bevor ich abgebudert habe. Also dieses Leichte und Frische, es hat sich nicht zersetzt. Vielleicht hier ein bisschen vom Schnäuben an der Nase. Aber overall ist das Gesicht super glowy, super frisch, aber nicht so speckig frisch. Ich glaube, das Licht hier, ich drehe es weg, das gibt immer noch mal einen anderen Blick da drauf. Wenn ich jetzt die Lampen hier weg habe, dann sieht das Gesicht nicht so glowy aus. Das ist jetzt nur für die ästhetische Beleuchtung. Die Haut sieht aus wie Haut. Die Haut hat sich nicht schwer angefühlt. Zwischendurch habe ich einmal so gemacht, weil es mich so gejuckt hat und habe vergessen, dass ich Make-up drauf habe. Und das heißt für mich, dass die Foundation ihren Zweck erfüllt hat. Für 2,99 Euro ist das eine fantastische Foundation, die wirklich sehr, 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 sehr gut gehalten hat. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich werde sie natürlich noch weiter testen. Einen kleinen Gruß an Revitalo. Vielleicht schaffen wir es ja zukünftig, dass wir wenigstens online ein paar weitere Farben mit dazu packen. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Foundation und ich werde sie weiter tragen. Freunde, es war mir ein riesengroßes Fest mit euch heute. Wir haben eine neue Drogerie Foundation gefunden und sie unterbieten sich mit den Preisen Jahr für Jahr. Passt auf euch auf.